Nein, nicht die Videothek, ich meinte jetzt, er sagt Belle. Die Geschichte von Belobock muss weitergehen. Belle? Bang Bu? Weiss, da bist du. Du willst etwas von mir? Irgendwas von Belobock? Noch nicht, aber meine Intuition sagt mir, dass es in den nächsten Tagen soweit sein sollte. Der Auftrag von Belobock ist etwas komplizierter als die üblichen. Nimm dir die Zeit, um dich hier auszuruhen und dich in guter Verfassung zu halten. Du befolgst Bels Ratschlag und entspannst eine Weile, dann steht auch schon der nächste Morgen vor der Tür. Hallo, ich bin Ben von Belobock Industries. Es tut mir leid, dich zu stören. Die Suche der Ramme ist gefunden. Kannst du uns zu der Ramme führen? Danke. Tja, Ben, du scheinst eine Angewohnheit zu haben, viele Auslassungspunkte hinter deine Nachrichten zu setzen, nicht wahr? Ach, ist das so? Tut mir leid, das ist mir noch nie aufgefallen. Anton hat auch gesagt, dass es mir an Ernsthaftigkeit fehlt, wenn ich so rede. Eigentlich bist du mit einem Stirnrunzen ziemlich imposant. Anton hat es gleich gesagt. Eigentlich soll es gar kein Stirnrunzen sein. Ich bin ein bisschen kurzsichtig. Nachdem Anton das herausgefunden hat, hat er mir die Brille weggenommen. Mein Ansehen bei meinem Untergeben ist jetzt zwar gestiegen, aber dafür muss ich jetzt ständig um meine Nase gegen den Handybildschirm zu rücken und das Kleingedruckt lesen können. Tja, dann lass uns telefonieren. Dann zwing dich nicht dazu. Ist besser, wenn du anrufst, wenn wir im Detail über die dritte Maschine sprechen können. Oder wir rufen dich einfach an. Was? Okay, du bist rücksichtsvoll. Du kannst mich gerne anrufen, wenn du Zeit hast. Tja, dann suchen wir jetzt erstmal die nächste Ramme. Die Nachricht von Finn wurde tatsächlich von Belobog Heavy Industries gesendet. Tja, sie ist von Ben. Prima, dann lass uns schnell die Einzeiten durchgehen. Gut. Bzz bzz. Bzz bzz. Bzz. We'll jump straight into the commission details. This time, we'd like to ask your help in retrieving the Mark III In-Holo Industrial Piledriver. The Piledriver had been working diligently in the hollow before its disappearance, just like the other two machines. According to Grace, this machine is particularly good at moving across difficult terrain within the hollow, and it's faster than any other machine. That's maybe why it was able to run so deep into the hollow. Sorry to have kept you waiting while we tried to locate it. The good news is, its signal hasn't moved from where we first located it. I'll send you the data we've got. Looks like the Piledriver has stopped somewhere. In that case, let's find the nearest hollow entrance before it moves again. Ferry, do you mind? Not at all. Generating root within the target hollow. Root generation complete. Wise, let's go and get this done. Also, ich persönlich rechne ja eher damit, dass wir jetzt noch... Tja, Beloved Industries Ben Bigger. Oh! Ich persönlich rechne eigentlich damit, dass es noch ein bisschen länger dauert, bis wir diesen Auftrag abgeschlossen haben. Okay. Okay. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall Ben noch ein bisschen angepasst. So viel ist auf jeden Fall sicher. Okay. Und wir haben jetzt auf jeden Fall Ben noch ein klitzekleines bisschen verstärkt. Wie kann ich dir helfen? Mussten wir jetzt auf jeden Fall auch noch machen. Aber gut. Willkommen zurück, Meister. Wir haben einen neuen Auftrag von Ben Bigger erhalten, dem Leiter der Finanzabteilung von Beloved Industries. Im Anhang findest du die detaillierte Information, die der Auftraggeber zur Verfügung gestellt hat. Sie erfüllen zwar keinen unmittelbaren Zweck, ein sorgfältiges Vorgehen wird sich aber definitiv aussahen. Der Anhang wurde gelöscht. Na gut. Dann mal rein in die Höhle. Ach, wir nehmen, sagt die Dreier. Machen wir es jetzt genau nach Vorschrift mal. Ah, die Industrieramme Freitag. Oh, dieses Ort fühlt sich noch besser als die letzte Höhle. Die Aether-Konzentration hier ist höher, auch. Well, es ist ein Höhle für eine lange Zeit. Es ist nicht nur gefährlich, es ist auch nah an der alten Kapitel. No good will come of staying here too long. Let's just find that Piledriver ASAP. The proxy said the Piledriver isn't far ahead, so it shouldn't take too long to bring it back, right? Blind optimism can be dangerous, Anton. After all, the heavy-duty Grappler and boring machine we found both experience pretty significant personality changes, and Grace has yet to find the reason behind it. Das ist irgendwie jetzt ein bisschen zu einfach. Kein Problem, Boss. I'll crouch. Have we been spotted? Let's get him. Warning. The target machine's hydraulic impact mechanism is accumulating energy. Speculation. It intends to perform a pile driving motion against the ground. Please cleanse your teeth while falling to avoid biting off your tongue. Watch out. You're gonna fall into the fissure. We are all together, you will be. Is everyone alright? I'm alright. We need to figure out a way to get back. Tja, irgendwie finden wir schon einen Weg zurück. Jetzt lasst uns erstmal kämpfen. Und erstmal die Erkundungsmünzen einsammeln. Ja. President, time to switch. Pass auf die Wrasse. Ich hoffe klein. Ja! Ja! Pike! Musik lapани! Das ist auch ein Phantoms. Ich nehme es! Ich nehme es! You shoulda roared a hard hat! Bad, my medium! Nassin! Try my floor! Hard time to shine, bro! Hard time to shine, bro! Gott, Ende Gelände! Der erste Gegner besiegt. Der erste Noen bei. Noen bei. He! Stop running! He! Advertiling! Das ist die Piledrivings-Motion zuerst. Hm? Did I just repeat myself? Starlight Knights never get hit by the same attack twice. Unfortunately Master, you are no Starlight Knight. Haha, das ganze Trick? Cut it out! YOU THINK I'M GONNA GIVE UP IF YOU PUSH ME AWAY AGAIN?! Save it Anton, kill it in person. Tja, auf jeden Fall kommen wir hier auch mal wieder in die Nähe einer Münze. Tja, die nächste Münze, die nächste Münze. Tja, die nächste Münze. Tja, die nächste Münze, die nächste Münze. Tja, die nächste Münze. Tja, die nächste Münze. Gut, der nächste Zwischenboss wurde jetzt auch erledigt. Wundert mich... Ah, da ist sie. Hatte ich jetzt eben am besten Willen nicht gesehen. Aber gut, jetzt geht's erst mal wieder nach oben und dann gleich wieder nach unten. Hm. Okay. Gut, kein Fluchtweg mehr da. Vicious, nasty, or twisted. I can also alternate between 18 known languages. Oh, was? So, schnapp sie dir! Tja, schnappen wir uns Freitag. Ich nenne dich Franz. It's seen us. I wonder what personality this one's gonna have. No worries. We already convinced two problem children. It's time to hear what this guy has to say. It's charging at us without even a word? It's running? What are you all waiting for? Go after it! Finally, we cut it off. Also, ich glaube, diese Wanne will nicht unbedingt campen. Straight into the ground! Now or never, next one! Yeah! Oh! 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 Geh! Kann stop me! Safety first! Lee, pick up! Get it home! I'll take it! I'll handle it! Turn it off! I'll wrap things up here! Give up, Friday! This is the end for you! This guy's been completely silent this whole time. Maybe his language module is broken? No way! They can obviously understand us! Okay! I know you can hear me! Let's talk! You ran away with two other machines! One was a dude who desires self-fulfillment, the other a young girl passionately in love! What about you? Who are you and what do you want? What? Don't you have any weird character traits? How dare you! Huh? Traits! Ridiculous! Mere mortals! How dare thee speaketh out of turn about my most wondrous mission! I'm the enlightened sinner! I cometh to stabilize the seal! And guard this place on my mentor's charge! Thou shalt leave at once! The enlightened sinner? Stabilize the seal! Ah, I get it! So these are delusions of grandeur! Enough! Do you have any idea how dangerous it is to go running around in a hollow? Thou art the unreasonable ones! The seal is weak, and once it is broken, this place shall be devastated! Thank you! I shall force my way through! Stop right there! My mentor! I cometh! It does! Ben, stop him! If possible, I'd like to solve this peacefully! I... I'm sorry! Great job, bro! Brace! Now's our chance! I'm here! Leave it to me! I appreciate your imagination, my child! But let's talk about it when we get back! Sis! The seal is breaking! So nevermind the most wondrous cause! Wait! Let's talk! Stay away! Turns out this guy can actually talk like a normal person! Listen to me! I'm not lying! I hear the calling from my mentor horse! I can't sell him! What's going on? Why is he... I'm not lying! I'm not lying! That was your father! The former boss! Tja, und damit ist die Mission noch lange nicht zu Ende. Und mein Vater. Kaleida, schau! Das ist was Daddy dir gesagt. Belobog's erste, independently developed Smart Construction Machine. Das ist ein Prototyp, du sprachst? Wenn du es fertig bist? Das wird ein ganzes Geld. Geld, Daddy's Firma hat nicht gerade jetzt. Wow! Plus, wir brauchen die Produktion, um zu bauen, solche Powerful Machinier. Aber keine Angst. Ein Tag, meine kleine Frau wird in der Maschine, ihre eigene Mann hat. Sie wissen, es ist nicht nur eine Maschine. Es hat ein Herz, dein Vater hat in es. Sie werden können, verstehen deine Kommandation, und übernehmen alle die Gefahr in der Höhe. Wow! Hier, Kaleida, schau sie ein Name. Wenn du das Name auskommst, das Name auskommst, es wird alles, was du brauchst. Dad? 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 Du sprichst zu spielen mit mir heute. Ah! Wunderbar? projected. Wie ist das denn? die Kommandation. Dann gibt es das letzte Begräuern oben in der Pionier Memorial Plaza. Eier, für einen Moment. Ich werde bald fertig sein, Dadie wird vermitteln. Das Twelectronbete! Glocken неinig! Glockenzeichen Mr. Bellabog, I'm sure you understand this will be better for all of us. Dali. You want me to pretend like nothing happened? Are you kidding me? Just come out with it! What exactly is in there? Hello? Hello? Say something! Dad, it's so late. Where are you going? I don't want to be home alone. I want to go with you. Come on, Kalita, stop it. There's an emergency. I have to go now. Just stay at home and be good. Daddy will be back in no time. I promise. Just like that. He vanished. The liar. President? President? Ben, you were saying something? Yes, the commission is completed. Mr. Proxy came to collect their bamboo. Koleda scheint etwas beundervollt zu sagen. Geh und frag sie, wie es ihr geht. Ja, diese Frage stellen wir uns anscheinend selbst. Welten, wir haben sich jetzt im going, was es nicht zu tun? Wir haben uns mit Leben gewählt, aber wir haben alle drei Maschinen. Und mit dem, all die Commissions Bellabog assigned you haben completely getrocknet. Wir haben uns aus dem Huber zu sein, Thanks zu Ihnen. Wir haben vielmals aus der Schwung. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Faithan. Grace ist analysiert die Maschinen bereits jetzt. Mit ihr hinschESS, sie sollte sein, der Syenther- Naja, die Rammer hat gerade den Namen Kors erwähnt. Es okay. If we don't tell them, the Proxy could just look it up online. Besides, they helped us, and they're trustworthy. We don't have to avoid it. Proxy, you saw Anton on that show before, right? Did the host mention years ago there was a scandal involving Beelibug's president, who disappeared with a bunch of money? Well, that president of Beelibug was Horse. Hors, Belobog, so, yes, he was my father. The night before the old capital fell, a large sum of money suddenly disappeared from Belobog's accounts, and the old man went missing. Pupsec investigated, and said the financial burden of Belobog, coupled with the possibility the memorial square we were building at the time might not be completed on schedule, cost Hors to embezzle the public funds and run. Belobog Industries had an extremely hard time, because of one old man's irresponsible behavior. But, we're back on our feet now. Ich bin froh, dass ihr die Kurve gekriegt habt. Koleda, how could you talk about your own father like that? It's true, a large sum of money was missing from the company's books, but no one can prove it was Uncle Hors who took it. The investigation results and the claims he absconded with the money were all just pubsec speculation. I know all the bad press brought about by public security, and losing your father hurt you, but you shouldn't resent your own father like that. You were too young to spend much time with him before he went missing to us. You don't know how wonderful you... You're the one who doesn't know anything! Uh, I think we're getting further away from just explaining to Mr. Proxy who Hors was. And Grace, weren't you and Anton working on those three machines? What are you doing here? I came over to tell you I found a clue as to why they ran off. Oh, really? Great! After examining their logic cores, I found they'd all picked up the same signal from deep within a hollow before wandering off. The signal's identification code format is the same we use in the company. When decoded, the text reads, BLG prototype. That's right, Koleda. Unbelievable! As it sounds, the signal seems to be coming from the original prototype. Der Prototyp? The Prototype. Could you explain? It was the first smart machinery made before the former president went missing. Our production line was somewhat outdated at the time, so we couldn't complete manufacturing independently. Apart from the core parts, everything else was outsourced to another manufacturer and produced according to our blueprint. Unfortunately, the old capital fell before the final delivery payment was made, even though the machine was completed. The manufacturer was swallowed by the hollow and lost forever, along with the prototype. But it looks like the prototype is out there somewhere, and maintains some level of functionality. You may not like what I'm about to say, sweet pea. I know you don't want to drag up the past, but that prototype is still company property. That prototype logic core has a lot of value. Cool, so what are you going to do? Go get it back? Or pretend it doesn't exist? Cool, Leder ist in Kopfheng, ohne einen Laut von sich zu geben. Calm down, guys. There's no need to jump to conclusions today. Even the most durable components can experience mechanical fatigue. Not to mention, we're all human. After running around in the hollow for so long, both our bodies and minds need relaxation. Uh, Anton's right. It's getting late. You must be tired. Mr. Proxy, please, go back and rest for today. If we decide to head into the hollow to look for the prototype, we'll be sure to contact you for assistance. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.